heute schauen wir mal welcher urgel den dicksten barra kiefer gefangen hat und damit willkommen hier zu einem neuen video auf meinem kanal und ja ich habe die zweite urgel wie shiny box am start mit der chance wieder auf hoffentlich dieses mal shinies ich habe die hits der letzten hier liegen lassen damit wir vergleichen können und ich würde sagen ich packe das ding erstmal aus und ja wir sehen uns gleich wieder so meine freunde hier ist sie wieder die urgel box für meine schwester wie schon gesagt und mal schauen was uns meine schwester so alles beschert das haben wir dann wieder an boostern réflex glurak kam chef réflex und katapultra diesmal wirklich alle artworks würde ich sagen wir machen wieder mit dem meisten zuerst auf réflex dann kaputt radern kramor und glurak wieder als letztes was denkt ihren schlagen die erste box ich hoffe es mal ja nimmstens eine baby shiny muss doch dabei sein hoffentlich heute mal urgel tropios rotum kam japs morbeko eboli chimpepery snomom gala flutschlick die erste baby shiny nice und x was nice ein double hit back sehr gut so ich lege die hits die wir jetzt haben unten hin aber ja fängt ja schon mal nice an ich habe die zwei jetzt im letzten opening aber wie ihr oben seht aber doppelt besser so auf geht's in die weiter runde blitz energie boolee du von timiel duskers morgen 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 normen kotomi gut fand die ein seeper leider keine scheine und ein kamal ok das zweite booster hat nicht gegönnt ich war schon mal überlegen ob ich andere booster aufmachen ich kann es euch gleich mal zeigen was ich noch hier parat habe aber das sehen wir aber erst mal schauen wir ob wir hier ein tag lag drin haben oder auch nicht morbeko kleppi fuchs und einzelwarener holo hashtag immerhin noch eine holo und zwar habe ich 25 solcher booster sun and moon christian invest in version da sind drei karten drinnen und das sind diese probepäckel ich weiß bloß jetzt nicht meinen deutschen namen ich kann gerne mal einblenden aber die habe ich 25 mal da und das nächste video kommt so machen wir jetzt aber weiter mit denen hier erst mal auf der suche nach großen shinies ich habe bisher nur rufx shiny wie gezogen in deutsch es ist unnormal ich bin verflucht ich bin echt verflucht mit den großen shinies sanon bei tony nein nein ich sag es noch ich sag es noch ich sag es noch und dahinter befehl vom boss ich sag noch ich habe rufx china wie und da kommt das ding ich bin verflucht okay aber wenigstens ein hit wenn man so nimmt last pack magic aber echt ich sag es noch dass ich schon rufx habe und krack haut mir das pack in voll in die fresse um feuer energie leute feuer energie kommt das muss jetzt wieder was werden kommt tropius weberrack bammelin morbeko chimpepper sepia und jetzt kommt bitte eine andere große shiny bitte nein komm mal und dahinter ein vulcanium was soll ich nur okay aber ich muss sagen die box war doch besser als die erste und da würde ich sagen hat die zweite box gewonnen und wenn euch das video auch gefallen hat und ich damit bei euch gewonnen habe wenn man so nimmt dann lasst doch immer ein like da und ein abo und aktiviert die glocke damit ihr hier nichts mehr verpasst und wie schon gesagt ich habe die booster ich kriege noch eine mystery box und hier kommen noch schöne videos na dann bis die tage und ciao